So, in diesem Video geht es um das neue Teleobjektiv von Sigma. Ein Unboxing, um genau zu sein. Ich unboxe das Sigma 100 bis 400 mm Blende 5 bis 6,3 NG DN OS Contemporary. Und zwar das für die Sony Kameras mit E-Mount Objektiv. Ich habe lange überlegt, ich mache besonders viel Tierfotografie, Outdoor und so. Es gibt ja ein natives von Sony, was so 2.000, 2.500 Euro kostet. Das war mir immer zu viel, ehrlich gesagt, auch wenn es eine Blende besser ist. Und das Sigma ist jetzt ganz neu rausgekommen, vor vier Wochen oder acht Wochen oder so. Und ja, das ist preislich deutlich angenehmer. Das liegt zu unverbindliche Preisempfehlungen 999. Ich habe es jetzt so für 980 rum, glaube ich, bekommen. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger gewartet, um es noch günstiger zu kriegen. Ja, irgendwann muss man mal zugreifen. Die Tests, die man durchweg sieht, sind ja wirklich top. Aber da muss ich, glaube ich, gar nicht viel erzählen. Ihr habt euch garantiert schon online gut erkundigt. YouTube bietet da ja jede Menge Videos. Also steigen wir direkt ein. Postbote hat es geliefert. Wir gucken mal, was die Packung so alles intus hat. So, hier haben wir es schon mal. Genau, das ist die Rechnung, die brauchen wir jetzt nicht. Genau, steht nochmal drauf. Sigma 100 bis 400. Wir haben Siegel drauf. Drei Jahre Garantie. Filtergewinde 67 mm. So, dann nochmal hier die Garantie. Die Betriebsanleitung. Ja, bin ich gespannt, was man da so alles sehen können soll. Was haben wir hier? Ach ja, Warrantie-Sticker für die Gewährleistung und Garantie. So, hier ist das gute Stück. Also, erster Eindruck auf jeden Fall leichter, als ich dachte. Ich habe das 105 mm Makro von Sigma. Das wiegt, glaube ich, so 1,4 Kilo oder so. Und das ist schon immer ein Klopper. Das beste Foto macht man ja immer, wenn man keine Kamera dabei hat. Beziehungsweise die beste Situation ergibt sich immer, wenn man keine dabei hat. Also schleppt man sich gerne zu Tode. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wie schwer das ist. Ich würde es jetzt so auf ein Kilo schätzen. Vielleicht ganz gleich drüber. Fühlt sich auf jeden Fall sehr wertig an. Genau, dann haben wir hier Auto-Fokus, Manual-Fokus zum Umschalten. Dann haben wir den Fokus-Range. Das ist der Fokus in der Gesamtbandbreite, sozusagen im gesamten tiefe-schärfen-Bereich, ganze Brennweite fokussieren darf. Oder wir können in der Mitte hier sechs Meter bis unendlich oder Nahstellgrenze bis sechs Meter. Dann haben wir hier AFL-Knopf. Da kann man Sachen von der Kamera aus drauf programmieren. Und wenn man den drückt, wird es ausgelöst. Und die Stabilisierung haben wir auch. Entweder auf Aus oder Stufe 1 und 2, also vertikal und horizontal. Oder wenn man schwenken möchte, dass es dann stabilisiert ist. Eine Stativschelle sozusagen ist nicht bei. Aber hier unter dieser Gummilippe habe ich online gesehen. Kann man abmachen. Da kann man die nachrüsten. Liegt glaube ich so bei 100, 120 Euro. Ja, muss mal gucken. Wenn man noch mal was investieren will, ist das wahrscheinlich gut. Aber für das erste geht es sicherlich auch so. Schon mal schön ist es, dass eine Sonnenblende dabei ist. Aber na gut, für fast 1000 Euro kann man ein Stück Plastik noch dabei legen. Das Objektiv fühlt sich wirklich superwertig an. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe hier pures Glas in der Hand. Gut, die Sonnenblende ist Plastik, aber selbst wenn man ein bisschen drückt, kann man die kaum zusammendrücken. Also die ist auch. Ist okay. Ist okay. Man will nicht meckern. Hauptsache die Bilder werden gut. Blende vorne. Ja, sehr cool. Dann montieren wir sie mal. Ich bin ja schon wirklich gespannt auf die Fotos. Ich habe bis jetzt immer das native von Sony benutzt. 55 210er. Autofokus war auf jeden Fall mal super schnell. Bin ich mit zufrieden. Aber gerade Tierfotografie, wenn man ein bisschen weitere Vögel fotografieren möchte oder so. Ja, da ist es manchmal etwas wenig. Von kann man nicht meckern. Cool. Dann bin ich gespannt, bevor das Video zu lang wird. Lassen wir es wieder gut sein. Ich hoffe, der Ton war jetzt nicht allzu schlecht. Ich habe es irgendwie mal wieder nicht hingekriegt, auf dem iPhone ein Mikrofon anzuschließen. Selbst die AirPod Pro sind ja nicht kompatibel für Video. Ja, aber man wird meine Stimme hoffentlich erkennen. Und ich glaube, ich bin sogar der erste, der ein Unboxing für das Objektiv auf Deutsch macht. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich gucke auch mal, wenn ich ein paar gute Testfotos kriege, packe ich die noch drunter. Ansonsten gibt es online ja auch jede Menge Reviews und so weiter zu dem Objektiv. Gibt es schon. Da muss ich, glaube ich, nicht das hundertste zu machen. Genau, bei Fragen oder Kommentaren gerne runter. Und ansonsten lasst mir gerne ein Like da. und ich hoffe, das Video war hilfreich und hat gefallen. Bis zum nächsten Mal.